Wie war denn der Ansatz? Ihr hattet jetzt zwei Wochen Zeit. Was habt ihr da gemacht? Zweikampfverhalten, vielleicht auch der Kopf, gruppentaktische Sachen, Defensivverhalten? Ja, sowohl als auch. Also natürlich Aggressivität, weil das letztlich der Schlüssel ist und die Basis auch unseres Spiels, damit wir eben möglichst unser Tor verteidigen und dann halt schnell umschalten zu können. Der Ballbesitz ist natürlich nichtsdestotrotz auch ein Thema, um uns dann nach vorne durchzuspielen gegen einen organisierten Gegner. Aber ich denke, dass die Aggressivität, wie es auch im letzten Jahr schon die Basis war, auch in diesem Jahr und insbesondere am Wochenende auch ganz, ganz wichtig ist und dass dann der Schlüssel ist und darauf dann aufbauend die anderen Steine dann kommen. Amen.